Hallo? Hi. Hallo, wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut. Und dir? Ja, es geht so. Spielst du oft Warzone? Nee, eigentlich gerade nicht so. Warum heißt du eigentlich Arsch und Loch? Weiß nicht. Warum? Warum hast du so eine komische Stimme? Was? Wieso habe ich eine komische Stimme? Warum findest du meine Stimme komisch? Ach, der Arme, wenn es jetzt eh gerade drin ist. Warum findest du meine Stimme komisch? Es hört sich so an, wie so ein 50-Jähriger diese Stimme verstellt, damit er so ein K.O. 7-jähriges Kind entführen kann. Ich verstelle meine Stimme aber nicht, ich tue nur für meinen Bruder den Battle Pass Leveln. Okay. Aber wirklich? Wo tun wir jumpen? Aber ich kann das nicht ernsten, es ist mir so leid. Warum nicht? Aber... Ich kann dich nicht ausnehmen. Oh mein Gott, ich hab ihn auf YouTube sowas gesehen. Da ist so ein Typ und der ist irgendwie so dreist oder so, aber der verhält es immer noch wie so ein 4-jähriges Kind oder so wie so eine Prinzessin. Oh mein Gott, ich hab's so da ran, ne? Also nur von... Oh mein Gott, Flashbacks. Die... Die schießen uns schon ab! Warte! Ich will gar nicht wissen, was sich Bad Unicorn denkt. Weiß ich nicht, ist mir ja bl... Ist mir ja schon egal, was sich der... Denk, der Blöde... Ich bin neutral, ich denk mir da gar nichts dabei. Kennst du ihn? Seine... Oder sie? Ich weiß ja auch nicht. Ich weiß nicht. Hallo, ich bin aber schon ein Eher! Hallo? Ihm direkt nicht. Er spielt ja nur den Battle Pass von seinem Bruder. Ich hab... Ich hab Angst vor ihm irgendwie. Ich weiß warum, aber ich hab Angst. Okay, wie alt bist du? Ich? Ich bin 10! Oh mein Gott, same! Ja. Girl Power, yes! Nein, du bist ein Junge, oder? Scheiße. Ich bin ein Junge! Nein, aber du hörst dich echt an wie so ein älterer... Du hörst dich an wie so ein älterer Typ. So ein Stimme verstehe, ich hab das auch schon mal gemacht, das war lustig. Nein. Aber da drüben sind Feindler, da dürft sie nicht hingehen, okay? Ja, lass die Probe machen, oder? Ja, ja. Bist du gut in dem Spiel? Nö, und du? Ja, geht schon. Ich warte eigentlich auf den Moment, wo du deine Stimme zu deiner echten Stimme warst. Ich warte einfach da drauf. Ich geh am Turm rauf. Jupp. Wow, Achtung. Ich geh da rein, ich hol den Motiv. Ich trau mich da nicht, die Leute runter gehen, da stürz ich immer ab. Ich geh durchs Fenster. Da sieht mich hoffentlich keiner. Ich wär ihm. Nein, da liegt urviel Trash. Weiß ich von wem. Ah, von der Tür. Einer von Feindster noch. Ich muss da rein, ich muss da rein. Ich bin weg. Ah, das ist noch ein dritter. Ich bin weg. Einer von Feindster. Einer von Feindster. Einer von Feindster. Einer von Feindster. Safe bin ich grad auf YouTube oder Twitch oder so. Hi. Ich hab auch einen YouTube-Kanal, ja? Magst du mich da unterstützen für die 100 Abos? Na klar. Ja, dann schick ich dir dann den Link. Ja, aber am besten erst nach der Runde, dann bin ich wieder direkt stehen. Wo sollen wir denn hin? Ich warte noch auf dich oder so. Ich brauchts auf jeden Fall mal Geld, weil ich bin tot. Ich hab ihn, ich hab ihn. Juhu, ich komm ab zurück. Sehr brav, sehr brav. Jetzt tun wir mal Geld looten. Und wohin? Zur Lupe? Da, oder da ist eine Flagge, Schatz. Ja, kann ich auch machen. Wie sie wollts. Ich find das irgendwie voll Disgustin, dass du Arschloch heißt. Warum kannst du nicht anders heißen? Keine Ahnung, also mein Freund, also der spiel das auf. Ach so, du hast also einen Freund? Ja. Das sagt man aber schon am Anfang. Hallo, ich hab einen Freund, ich ging ab. Ja, egal. Na, sowas, ich jump da gleich oben, nimm mir diese Kack-Kar. Tut mir leid, dass das nicht am Anfang gesagt wird, weil es irgendwie richtig weird rüberkommt. Wenn man sagt so, ja, Freund. So. Sorry, tut mir leid. Ja, ich weiß schon, was du meinst, ja. Ich hab aber noch fast keine gute Waffe. Da ist noch eine Kiste, die nehm ich noch. Vielleicht ist Geld auch dringend. Ihh. Ach so, die geht ja nicht. Andere. Ich glaub oben auch. Ein feindliches Team jagt dich. Möchtest du die haben? Oh, ich werd schon wieder gejagt, wie letztens. Wollen wir erst zur Ausrüstung gehen? Wohin? Zum Loadout? Äh, zur Ausrüstung. Genau. Da werden wir sicher gekillt, aber okay. Ich will Para für... Ich will meinen Freund mit Unicorn holen. Ist er also Para eigentlich? Was? Was? Was hast du gesagt? Hi. Mit dir kann man nicht normal reden. Du bist so komisch, aber egal. Ich hab das Geld für das, dass ich ihn kaufen kann. Ich kann nicht kaufen. Da liegt doch eine Drohne, gell? Wo? Ah ja? Ich soll nicht. Na ja. Selbst dein Freund kann ich nicht ernst nehmen. Oh ja. Warte, hier ist das Haus, wo man noch so aufhören kann. Aufpassen, Alter, beim Loadout, weil... Ich hab hier was gefunden. Ich glaub, das ist nicht so pretty. Ich will nicht zu dem Loadout, das ist voll gefährlich. Ich will ihn jetzt kaufen. Ja egal, das war das schon. Kann irgendjemand machen? Ach, da hinten ist ein Shop. Eiklar, dass du gleich weißt, wo der Shop ist. Hm? Ich hab mal hier. Bist Mädchen halt, ja. Er sagt, dass ich ein Mädchen bin. Hörst dich halt so an. Du hast auch gesagt, dass ich ein Mädchen bin. Und, hm? Hab ich dich jetzt auch beleidigt? Kann ich ja nichts dafür, wenn du mich Mädchen schimpfst. Ja, dann hol ihn mal. Oder? Ich... Ich hol ihn jetzt. Ich hab nämlich das Para hier. Ja, let's go. Ja, ja, ja. Ah! 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 Das war's passiert! Aua! Ah! Ah! Okay, das war's jetzt nämlich wieder komplett. Ihr willst noch ne Fensterplatte haben? Ich hab noch welche. Hier, willst du die... Links liegt noch Geld. Links liegt Geld. Links liegt Geld. Links liegt Geld irgendwie. Ah, okay. Dankeschön. So, wir sollen weg von da, weil jetzt wissen die Blöden, dass wir da sind. Ja, markiert's irgendwas? Ich komm. Ja, aber bitte schau, dass du Waffen bekommst. Oh, er zeigt meine AK an und ich kriege eine FR. Ah! Schon wieder Molletum! Ah! Kommst du auch zur Flagge oder machst du eigene Mission? Ja, ich komm... Hallo, ich bin am Business-Fan. Nein, nimm du. Nicht du, der Butti. Ja... Ich glaub, bei mir ist's fair. Weißt du, wie blöd mein Bruder ist? Was macht er so? Ja, dem fehlen noch paar Level auf dem Battle Pass. Und er ist so, du spielst jetzt für ihn. Für mich. Oh mein Gott. Warmer. Urgemein. Jetzt muss ich da spielen. Und er ist mit Freunden unterwegs. Ich hab auch einen Bruder, aber ist nur mein Stiefbruder. Der ist klein und fett und nervig. Ich auch. Ach, ich hab noch ne Stiefschwester und die ist nicht so schlimm. Die ist ganz okay. Aber ihr könnt ja Freunde werden. Er ist auch wie in deinem Alter. Er ist... Er wird bei zwölf. Er ist grad elf. Spielt der auch? Der spielt die GTA. Ich spiel auch viel GTA! Na, ich hab das noch viel gespielt. Wollt ihr zum Loadout oder... Eigentlich könnten wir uns auch noch mal eins holen. Was können wir uns holen? Ein Loadout. Mhm. Können wir uns snacken. Hier ist der Best... Genau, wo ist ein Shop? Ja, gar keinen Shop auch viel. Vielleicht... Wollt ihr ein Loadout noch mal kaufen? Oder seid ihr zufrieden mit dem Behandel? Ich bring das Para nach Hause und du gibst das alles aus. Wie schau ich denn aus? Wie eine Bank? Ja. Na, alleine kannst du dir das nicht leisten. Du hast am wenigsten Geld. Ich weiß. Ja. Ich glaub da ist wo wir... Ja. Aber das Ding ist, ihr habt euch heute schon parat, weil er dich auszusehen die ganze Zeit Para nennt. Was? Wer nicht will? Ich hab gesagt Para. Was? Ich brauche Para. Hab ich gesagt Geld. Manni, Manni. Oh Mann, hier. Ja, Para, Para. Danke. Was heißt, wir haben uns verraten, was wäre, wenn er Para heißt? Und ist ja mir egal. Er kann ja wirklich Para heißen. Und was hilft dir das? Wer nennt sein Kind so. Was? Ja, ja. Ich bin ja nicht Para. Ich hab... Ich hab... Nein, ich sag gar nichts mehr. Ich weiß nicht, was wir machen. So wird prankt und abgezockt. Was? Keiner wird hier abgezockt. Was? Jetzt habe ich so viel Geld. Ich hätte mir was kaufen sollen. Ja gut, geh mal halt da. Aber ich will noch eine Drohne und... Drohne habe ich ja. Selbstbelebungskick. Wir können uns Drohnen holen, aber ich habe halt kein Geld mehr. Aber wir können es ruhig, ruhig holen. Ja klar, wir können wieder zahlen. Was soll das heißen? Sorry. Warum lachst du so? Was ist lustig? Na so lustig bin ich gerade, ob ich verarscht werde. Eigentlich ich meine, die werden die alle verarscht. Was wird verarscht? Ja. Wer wird verarscht? Ich. Ich verarsch gar keinen. Prankbros. Die Prankbros sind so kacka. Die. 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 Die können gar nichts. Ich bin ein viel besserer YouTuber. Und ich hab bald meine 50 Abonnenten und dann irgendwann mal 100 und ja. Ganz ehrlich, die Prankbros können wir dir einstecken. Ganz ehrlich, ich soll nicht meine Schäbe abschneiden. Ja, danke. Es freut mich, dass du das sagst. Ja, klingt so weh. Glaubst du, ich kann mal ein großer YouTuber werden? Natürlich. Du lachst schon. Du lachst schon. Du lachst schon. Du meinst das gar nicht ernst. Doch, natürlich. Nein, du meinst das gar nicht ernst. Du tust nur Lachen über mich. Ich hab halt meine Träume. Und? Was? Ich hab halt meine Träume, hab ich gesagt. Achso. Ja. Ja, das war zum Schock. Also ähm. Oh fuck. Oh mein Gott, der ist richtig low. Einer nur? Einer nur? Wie viele? Ich hab mal einen gesehen. In diesen grauen, äh, gräulichen Häusern. Also nicht in dem, wo du grad drauf guckst. Sondern in dem daneben. Warte mal. Hier, da sind die. Ja, hier so hinten meinst du? Ja, aber beim anderen Haus sind die. Und dann hinter der... Ich würd jetzt aufpassen. Komm her, bitte. Du kannst jetzt auch wieder normal reden, wenn du willst. Es ist ein anstrengende Stimme, die ganze Zeit so zu machen. Rechts, 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 rechts. Aber warte, schau links. Ich tu meine Stimme nicht verstellen. Okay. Ja, ich glaub sie sind im Erdgeschoss. Ja. Und gehen wir das Gas. Jalla. Apferd. Achtung, auge! Achtung, auge! Achtung! Achten wir da uhgen! Käl dich, du Hurensohn. Richtig. Ich kommte da. Heile mich fertig. Ich halte mich fertig. Passt, nice. Oha. Ich habe das nicht überriesen, dass das sein Partner war. War der Team Wiped? Hat das Werk gesehen? Ich glaube schon, ja. Oh, das Auto holt mich, glaube ich. Komm, noch nichts, Mann. Oh, das Glas kommt, das Glas kommt, kommt. Achso, du lachst, das ist schon ein Idiot. Oh nein, nein, ja. Achtung, Achtung. Oh nein, es ist dumm, was ich mache. Fick dich, du Arsch. Na, ich bin nicht. Ich kann mich nur selber holen, wenn es geht. Uh. Jetzt aber schnell. Da oben. Jetzt bin ich sauber. Ach, was. Schade. Sollen wir den Heliomballon abstellen? Und ein bisschen ernsthaft bleiben? Hahaha. Was? Was für ein Heliomballon? Okay, ich hab's. Ich geb's auf. Was? Ich versteh schon. Ihr verarscht mich. Oder du uns. Ichlategoej Ich liebe es! Vielen Dank.